Acht-Stunden-Tag. Fünf-Tage-Woche mit freiem Wochenende. Tarifverträge mit guten Löhnen. Jahresurlaub, in dem richtige Erholung stattfinden kann. Mutterschutz und Elternzeit, damit die Zeit mit den Kleinsten im Fokus stehen kann. Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, wenn es einem mal nicht so gut geht. Vor allem Gesetze, die uns so gut schützen wie in fast keinem anderen Land. Dafür haben Gewerkschaften Jahrzehnte gekämpft. Vieles ist heute Realität und nicht mehr wegzudenken. Braucht es heute noch Gewerkschaften, die für deine Kolleginnen und Kollegen, die für dich kämpfen? Wir denken, ja. Und gerade heute vielleicht so stark wie schon lange nicht mehr. Globalisierung und Digitalisierung verändern unser Leben. Was gestern unmöglich schien, ist heute normal. Höher, schneller, weiter. Doch wir stoßen an unsere Grenzen. Die Menschen dürfen nicht Spielball aller technischen Möglichkeiten werden. Gleichzeitig schlägt das Klima Alarm und Corona legt die Welt in weiten Teilen lahm. Unsere Welt verändert sich so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und wir sind mittendrin. Doch wer kümmert sich eigentlich darum, dass bei all dem Wandel wir Menschen nicht auf der Strecke bleiben? Und wer sorgt dafür, dass wir eine solidarische Gesellschaft bleiben? Welche Jobs werden in Zukunft benötigt? Wie sieht unsere Arbeit in zehn Jahren aus? In welcher Welt werden unsere Kinder und Enkelkinder einmal leben? Wir kennen heute noch nicht alle Antworten auf die Fragen. Aber eins ist klar. Der Wandel passiert nicht einfach. Den Wandel können wir gemeinschaftlich und solidarisch gestalten. In diesem Jahr hast du die Wahl. Du kannst mitbestimmen, wohin die Reise geht. Und du kannst mitbestimmen, wie diese Reise aussehen soll. Wir bitten dich um deine Stimme für die IG Metall. Um dein weiteres Vertrauen in unsere Arbeit. Es geht um einen fairen Wandel, der alle Menschen mitnimmt. Es geht um ein solidarisches und partnerschaftliches Miteinander. Es geht um die Entwicklung von Wolfsburg. Um unser Zuhause. Es geht um sichere Arbeit in unsicheren Zeiten. Es geht um deine Zukunft. Das ist unser Antrieb. Dafür stehen wir ein. Mit der größten Kompetenz und der Erfahrung aus Jahrzehnten. Denn auch in einer Welt, in der sich alles verändert, bleibt eines immer gleich. Wir kämpfen für dich.